Wahlwerbung ist total langweilig. Wir machen mal was mit Feuer. Ganz schön klein dein Feuer. Besser? Wir haben Dörfer geopfert, Kirchen abgerissen, Landschaften zerstört und neue errichtet, Flüsse verlegt und Seen geschaffen, damit überall im Land Licht und Wärme mit Sicherheit vorhanden waren. Es macht uns wütend, dass wir heute als Klimakiller bezeichnet werden von Leuten, die sich Jahrzehnte an unserem Feuer gewärmt haben. Wir können vor Wut explodieren. Großer Knall und dann nichts mehr. Oder machen wir aus dem Feuer und der Wut Energie für Veränderungen. Bauen wir eine Lausitz, die uns nach dem Bergbau ernähren kann, die Anschluss an den Rest der Welt hat, aus der unsere Kinder nicht wegziehen müssen. Wut oder Wandel in unserem Wahlkreis? Entscheide dich!